Hallo zusammen, heute machen wir diesen unglaublich gut aussehenden Cola-Fleisch-Burger. Und ihr wisst, was das bedeutet? Zeit, den Grill anzuschmeißen! Das heutige Gericht gehört definitiv zu denen, die schon sehr, sehr lange auf meiner To-Do-Liste stehen. Und jetzt mal was Positives an den aktuellen Corona-Zeiten. Ich hab mal richtig Zeit, Videos zu drehen. Wir beginnen also mit einem Anzündkamin voller Briketts und Zwiebeln, die wir in halbe Ringe schneiden. In dem Fall sind das so zwei mittelgroße Zwiebeln. Die genauen Mengenangaben für dieses Rezept schreibe ich aber auch wieder unten in die Videobeschreibung. Als nächstes benötigen wir ein Schweinebraten, in dem Fall ist das hier dicke Schulter vom Oberpfälzer Landschwein von oberpfalzbeef.de. Und das ist ein sehr schönes Stück und das eignet sich hervorragend. Und da müssen wir auch nichts weiter mitmachen. Eigentlich kann das so wie es ist in den Dutch Oven wandern. Und da ist er auch schon. Mein 3 Liter Dutch Oven, den füllen wir mit Zwiebeln und dann geben wir ein paar Scheiben Bacon hinzu. Das ist eigentlich optional. Steht normalerweise nicht so im Rezept drin, spielt aber keine Rolle. Ich hatte den Bacon noch angebrochen da. Und was ist dann naheliegenderes, als das einfach mal mit zu verwenden? Apropos, die Rezeptidee. Da gibt es mittlerweile ganz, ganz viel im Netz. Die Sauländer Barbecue hat auch ein Colafleischrezept in ihrem Buch, das sich wärmstens ans Herz legen kann, das Dutch Oven Buch. Da machen die das allerdings mit Rind. Das geht natürlich hervorragend mit einem Rinderschmorbraten und mit falschem Filet. Okay, ich habe mich heute eher für so eine Art Dutch Oven Pulled Pork Variante entschieden. Neben zwei Gläsern Kirschen, die wir jetzt reingeben, geben wir noch 0,3 Liter Coca-Cola hinzu. Und dann war es das auch schon. Die Würzung der Soße und sowas, das machen wir erst hinterher. In dem Fall ist jetzt unser Anzündkamin durchgeglüht. Jetzt legen wir so 6, 7, 8 Kohlen nach unten. Dann setzen wir den Dutch Oven drauf. Muss mal gucken, dass wir die Dinger nur noch ein bisschen in die Mitte schieben. Weil, den habe ich jetzt nicht ganz getroffen. Aber das tut es so. Und dann geben wir den Dutch Oven drauf. Ganz einfach. Das ist wirklich total einfach, aber es ist richtig, richtig lecker. Und das ist ja die Hauptsache. Gute Sachen müssen nicht kompliziert sein. Deckel drauf. Und dann Kohle oben drauf. Also in dem Fall so 12, 13 Stück. Ich glaube, da kommt es auf das eine oder andere Stück nicht drauf an. Wichtig ist an der Stelle nur, dass er einigermaßen windgeschützt steht. Für mich erledigt das hier der Brei. Wie immer sehr angenehm. Also natürlich nutze ich den Brei auch noch als Brei. Aber auch für Kochen mit dem Dutch Oven hat es eine sehr schöne Arbeitshöhe. So sieht das Ganze dann nach gut und gerne zwei Stunden aus. Jetzt sieht man oben, hat es ein bisschen Kontakt gehabt mit dem Deckel. Hat etwas Röstaromen. Ist nicht weiter dramatisch. Finde ich eigentlich sogar ganz geil. So sieht das Ganze dann aus. Die Soße wird immer weniger. Dafür fettet das so ein bisschen aus. Also das Fett des Schweinebratens schmilzt und vermischt sich mit dem Kirschsaft und der Cola. Und das ist am Ende das. Ist ein echter Geschmacksträger. Kann man nicht anders sagen. Nach gut und gerne zwei, zweieinhalb Stunden haben dann auch meine Kohlen den Geist aufgegeben. In dem Fall habe ich nochmal in einem Anzündkamin die gleiche Menge nochmal nachgemacht. Und lege jetzt noch einmal erst Kohlen unten nach. Setze den Dutch Oven wieder drauf. Und dann gebe ich den Rest oben drauf. Das sollte jetzt reichen für eine insgesamte Garzeit von vier bis viereinhalb Stunden. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Nach vier bis viereinhalb Stunden. Ich glaube bei mir waren es so vier Stunden 20 Minuten. Sieht das Ganze dann so aus. Wir können jetzt den Braten entnehmen. Und jetzt ganz wichtig, auf gar keinen Fall die Soße wegschmeißen. Denn die Soße ist ein echter Geschmacksträger. Ich fülle das Ganze jetzt in meinen, Achtung, Thermomix. Ich weiß, da regen sich ein paar drüber auf. Ist mir aber vollkommen egal. Das ist richtig, richtig praktisch. Weil dann kann ich nämlich die komplette Menge einmal zerkleinern. Kann man aber natürlich auch genauso im Mixer. Lass es dann noch einmal aufkochen. Und mische das Ganze dann mit einer Tasse Ketchup. Und mit zwei Esslöffel Barbecue-Rub. Wir hätten natürlich jetzt auch den Schweinebraten vorher mit Barbecue-Rub einreiben können. Ja, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. In dem Fall ist das für mich so die einfachste Variante. Während dann die Soße noch so etwas im Thermomix vor sich hin köchelt, können wir dann auch schon mal den Schweinebraten pullen. Ich sage ja, ich mache das so ein bisschen wie Pulled Pork. Und nach viereinhalb Stunden im Dutch Ofen lässt sich das Ganze auch hervorragend auseinanderpflücken hier. Ist richtig schön saftig. Sieht richtig, richtig gut aus. Ja, ist nur noch ein bisschen heiß. Von der Barbecue-Soße kommt im Übrigen eine richtig, richtig ordentliche große Menge zustande. Also ich habe mir dann so ein paar Einmachgläser fertig gemacht und ein bisschen was davon beiseite gestellt für schlechte Zeiten. Und ich habe mir ein Teil in einen Eiswürfelbehälter gefüllt. Und zwar immer dann, wenn ich eine Soße habe, die ich immer nur so ein bisschen pimpen will, dann drücke ich mir einen von diesen Barbecue-Soßen Eiswürfeln aus und packe den mit in die Soße. Das ist richtig, richtig lecker und ein echter Geheimtrick. So, ihr seht, das funktioniert wunderbar. Den Rest spule ich mal ein bisschen vor. Ich zupfe das Ganze dann so ein bisschen kleiner, wie sich das für Pulled Pork gehört. Man kann das jetzt entweder auch schon direkt mit Soße vermengen, wenn man das möchte. Oder aber man legt es gleich auf das Brötchen und gibt dann etwas Soße oben drüber. So mache ich das in der Regel am liebsten. Hier ist mein vorgetoastetes Brötchen und hier sind ja so ein, zwei Esslöffel von der Barbecue-Soße erstmal auf das Brötchen. Dann kommt etwas, ah herrlich, von dem Cola-Fleisch, Pulled Pork, wie immer. Richtig geil. Dann natürlich nochmal wieder ein bisschen Soße oben drauf. Und dann, jetzt kommt mein größter Leidensweg hier an dem heutigen Video. Ich glaube, bei uns hat einer Weißkohl gehamstert. Also Kohl's Law selber machen war aktuell nur schwer möglich. Deshalb muss einmal die fertige Variante herrühren. Ist aber trotzdem total geil. Macht dem Ganzen nicht wirklich einen Abbruch. Die Säure ist richtig, richtig schön und passt hervorragend dazu. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir mal erzählt, wie ihr die Idee findet. Ob ihr auch schon mal Cola-Fleisch gemacht habt. Lasst es mich auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Ich beiß jetzt natürlich mal da rein. Denn ich find's richtig, richtig geil. Darf mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen bedanken. Verweise noch kurz auf das Abonnieren. Ja, nächste Bonus-Folge schon bald. Ich werde es versprechen, ein geiles Video kommt. Ja, besucht auch meine Fan-Pages. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus, euer Markus. Ich bin raus, ich bin raus.